Wie viel Sicherheit braucht ein Mensch? Wollen wir immer sicherer leben, weil so viel passieren kann? Oder kann immer mehr passieren, weil wir uns zu sicher fühlen? Wo fängt Sicherheit eigentlich an? Und wann? Denken wir zu früh darüber nach? Oder erst, wenn es zu spät ist? Sind wir Angsthasen, wenn wir Sicherheit suchen? Sind wir mutig, wenn wir sie außer Acht lassen? Liegt der Wunsch nach Sicherheit in unserer Natur? Oder ist er anerzogen? Was immer Sicherheit heute ist. Für uns bedeutet sie alles. Wir machen daraus ein Konzept. Mit nachhaltigem Training und zuverlässiger Logistik. Sicherheit wird mietbar. Und planbar. Wir leben Sicherheit. Persönlich engagierte Führung wird zur vorbildlichen Haltung. Denn Arbeitssicherheit beginnt nicht irgendwo. Sondern im Kopf eines jeden Mitarbeiters. Sicherheit ist eine Wissenschaft für sich. Doch im Grunde genommen auch ganz einfach. Jeder Mensch will abends gesund und nach Hause kommen. Mehr als zehn Jahre Pionierarbeit für einen Kulturwandel in der Arbeitssicherheit. Sicherheit. Keine Kompromisse. Verkehr. Geografie. Keine Kompromisse. Verkehr. 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 Vielen Dank.